Musik Wenn man ein Konzert vorbereitet an der Orgel, braucht man sehr viel Zeit. Man setzt sich nicht einfach hin und kann losspielen. Man muss sich ein Konzept machen, wie man Klangfarben wählt. Das mache ich durch die Wahl der Register. Das muss ich vorher festlegen. Das muss ich auch in den Noten festlegen. Ich finde immer andere Instrumente vor. Das heißt, das Konzept, was ich habe, was ich grob habe, muss ich an jeder Orgel entsprechend umsetzen. Hier habe ich zum Beispiel vier Manuale, an einer anderen Orgel habe ich vielleicht nur zwei. Da sind manche Dinge auch gar nicht darstellbar. Ich muss mich also auch inspirieren lassen von der Orgel. Und abgesehen davon, selbst wenn ich eine Klangfarbe gefunden habe oder eine Kombination von Klangfarben, kann es durchaus sein, dass es im Raum wieder anders klingt als für mich an der Orgel. Also ist es ganz sinnvoll, jemanden zu haben, der das auch mal abhört. Im Saal, in der Kirche ist es eigentlich noch schwieriger. Da ist der Klang im Raum doch manchmal sehr unterschiedlich zu dem, was ich am Spieltisch höre. Und von daher habe ich eigentlich an einer Orgel sehr viele Stunden oder Tage Vorarbeit. An dieser Orgel habe ich zum Glück das Vergnügen sehr oft zu üben, da ich ja auch in dieser Stadt lebe und konnte mich also mit aller Liebe der Registrierung widmen. Der Unterschied, in einem Konzerthaus ein Orgelkonzert zu geben und in einer Kirche, ist einmal für den Spieler, dass man eine ganz andere Präsenz hat. Man wird gesehen. Und für den Zuschauer auch, dass man dieses interessante visuelle Instrument ganz anders wahrnimmt. Man sieht die Pedale, man sieht die Pedalklaviatur, man sieht, wie viele Manuale hat die Orgel, wie viele Register, dass Arbeit nötig ist, auch oft eines Assistenten, eines Registranten. Außerdem ist auch die Akustik in einem Konzertsaal nicht so überakustisch wie in einer großen halligen Kirche. Und dadurch sind polyphone Strukturen gut hörbar, durchsichtiger. Man kann eigentlich jedes schnelle Tempo machen und trotzdem ist alles gut verständlich. In meinem Programm spiele ich ein sehr interessantes Stück von Olivier Messiaen. Olivier Messiaen ist 1908 geboren, deswegen passt es natürlich sehr gut in dieses Jubiläumsprogramm. Es ist der Kampf zwischen Leben und Tod. Das ist das zentrale Stück aus dem Zyklus Le Corps Glorieux. Also das ist ein Zyklus über das Leben der Auferstandenen. Und in diesem Stück wird zunächst mal der Kampf beschrieben und anschließend das Leben. Und der Kampf und das Leben haben dasselbe Thema und das hört sich im Kampf dann so an. Das ist das zentrale Stück. In dem zweiten Teil, in dem ruhigen Teil, wird das Leben beschrieben nach dem Tod. Und da klingt das Thema dann folgendermaßen. Das Jahr hat einen wunderschönen Satz hier über das Stück gesetzt. Das ist äußerst langsam, zärtlich, heiter, im besonnenen Frieden der göttlichen Liebe. Hier geht es darum, dieses Leben nach dem Tod sehr friedlich darzustellen. Und das ist auf keinem anderen Instrument so gut darzustellen wie auf der Orgel. Diese langen Töne, extrêmement lang, heißt bei Messiaen wirklich extrem langsam. Es ist sehr gut darstellbar, weil der Ton ja, der Akkord genau so lang klingt, wie die Hände den Akkord angeschlagen haben. Und dieses meditative Stück ist vielleicht das einzige, bei dem man sich in dieser Konzerthalle einen sakralen Raum vorstellen darf oder sollte. Eine genaue Registrierung gibt es in den Noten, schon vorgegeben von moderneren Komponisten. Bei Bach zum Beispiel steht überhaupt kein Vorschlag für eine Registrierung. Während ich bei Messiaen zum Beispiel oder bei César Franck sehr konkrete Registrieranweisungen habe. Das macht es aber auch nicht unbedingt leicht, weil ich zum Beispiel die Register, die dort vorgeschrieben sind oder vorgeschlagen sind, ja nicht unbedingt an jeder Orgel vorfinde. Also muss ich auch versuchen, dem gerecht zu werden und diese Klangfarben zu suchen, von denen ich meine, dass das dem am nächsten kommt. Amen. 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 Amen.